blue-in-out! So, stellen wir das Ding halt schnell und warten auf die nächste und dann kommt Sylvaria dran. Vielleicht ist die Mission, im Nachhinein betrachtet, doch kein so großer Pain in die Ass. Theoretisch kann Alicia ja noch mit dem Awaken Potential Order aufstärken, und dann hat sie sowieso die ganze Scheiße wie Resist Crossfire, Double Movement... ,,Baa, Baa, 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 Baa... Und kann dann ziemlich gut nach oben rushen und Sylvaria töten. Vor allem, da sie auch die Fähigkeit an Dodgeable Shot besitzt. Was gegen Sylvaria eigentlich unerlässlich ist. Außer man kommt jetzt wirklich von hinten. Nein, Teddy, wieso weichst du nicht aus? Du weichst doch sonst normalerweise immer aus. Das ist ein Teufel. Mein Fehler ist aufgetreten. Schatz, so ein Pech. Largo, do not care. Der Shock Trooper da unten steht wohl auch nur zur Zierde da. Oh, wow. Das ist echt ne Kamikaze-Mission, so wie ich sie alle aufgestellt hab. Ich sag doch, der Shock Trooper steht da nur zur Zierde. Gut, weiß war jetzt ziemlich unnötig. Ach nein, weiß kann nie unnötig sein. Er ist einfach zu epesch. Gut. Dann als erstes Mal. Erwaken Potential. Du kannst das tun. Er信 in dir selbst. Ja. So, und dann als nächstes. Eine Order, um Sylvaria gut zu zerficken. Beziehungsweise um... ...kein Gegenangriff einstecken zu müssen, denn der würde ziemlich schmerzen. Wenn das schon auf so große Entfernung unglaublich die Schaden gemacht hat. Was glaubt ihr, wie es dann erst auf kürze Distanz ist? So, das. Und jetzt noch... ...zure Krönung... Ähm, wo ist das, wo ist das, wo ist das, wo ist das, wo ist das? Äh, Attack Boost. Ja, das könnte ich noch einen Defense Boost einhaben. Attack mit everything you've got! Obwohl, nachdem ich Awakened Potential schon hab, ist das nicht mehr nötig. Da bekomme ich sowieso Resist Crossfire und so weiter und so weiter. Dann suchen wir sie mal. Ich denke, du denkst, du kannst mich stoppen? Oh, der Tank abherstellt. Kein Problem. Hä? Ha, Double Movement. Yes. Hm. Ich will möglichst von hinten kommen. Dann müsste ich mich nicht mal zwangsläufig auf... Ach, shit, hab ich schon gesehen. Oder? Dann müsste ich mich jedenfalls nicht auf Undodgeable Shot verlassen. Äh, sie hat mich gesehen. Damit. Resist Crossfire. Hi. So. Undodgeable Shot. Puls. Pff, wie sie sich einfach duckt. So, das wird ein epischer Kampf Valkyria gegen Valkyria. Wobei es mit Weiß eigentlich auch episch wäre. Der hat nämlich Super Damage und Undodgeable Shot. Das würde dann ziemlich reinhauen. Ich denke, du kannst mich stoppen? So. Undodgeable Shot, come on! Yes. Don't even think about dodging. Bye. Ripe. Nicht yet. I haven't lost this yet. Hedeh mich, Männer of the Empire. On my orders. Heal your wounds. Fight with pride. Strong to the bitter end. Das wird dir auch nichts mehr helfen. Du stehst. Vor der besseren Valkyria. Ich kann doch den Panzer da unten vernichten. Oder den da oben. Oder hier den Mordor einrufen. Oder den Schub erledigen. Oder den Snifer. Oder den Scout. Aber ich tue's nicht. Wie gesagt, epischer Kampf Valkyria. Oh, heilige Scheiße, macht das viel Schaden. Nein, eine Schäuze. So. Unnoddable Shot. Yes. Pule Kamikaze-Aktion. So, man ist die Nemesis besiegt. Operation complete. Secure die enemy Commander. Das ist meine Ausrede dafür. Das ist meine Ausrede. Es war nicht involuntär. Die Wahrheit ist, ich nie bin einer, weil ich wollte. Und jetzt, ich... Ich weiß noch nicht, was zu tun. Es verreicht mich. Es schützt mich. Ich verstehe. Du hast einen schweren Verzicht. Without die Hilfe von Purpose. So, ich wurde verletzt. von einer Mädchen ohne Vertrauen zu einer Grund. Schau mal da, Warwitze! Hände auf! Keine Funktion. Wir haben endlich die Valkyrie, gut gemacht! General! Es gab keine Beweilung. Sie hat sie zurückgebracht. Schau mal deine Hälfte! Sie benutzt magische Magik. Sie ist gefährlich! Die einzige Art von ihr ist, wenn sie nicht bewusst ist! Bitte, Herr General. In der Namen der Merse, ich bitte Sie. Okay, dann! Geh mit mir! Geh mit mir was du will. Ich sage nur eine Sache. Spreue die Leben der Menschen, die du hast geholfen. Spreue sie. Und lasse die Militier sie zu ihrem Glück. Gute Idee! Rats escortieren Rats! Das ist ein perfekte Spiel! Steig, Frau! Ich habe gefunden... Ich habe das Ziel für meine Leben. Ich glaube nicht, dass wir noch eine Chance haben. Wir sehen uns wieder, dass wir uns wiedersehen. Das gesagt... Ich versuche, dass ich sehr interessiert bin. Wenn die Zeit kommt, um eine Entscheidung zu machen, was für deine Leben letztendlich sein wird? Auf Wiedersehen. Hahaha! Eine glöriere Begründung! Schreibe Worte zu Rangreis! Sag ihnen, dass Damon auf Gerlendio hat! Schreibe Worte zu Rangreis! Ich kann das schnell an das! Das ist mein Tron für einen Tag! General, du bist da, wie du da bist. Entschuldigung, was du geschafft hast. Ja! Nachdem du den finalen Blut zum Empire hast, habe ich in der Valkyrie wiedergebracht. Verdammt, dass es mehr glöriere gibt als das! Wenn du denkst, diese Prüfung zu Marshalen nicht weit ist! General... Ja? Die Crew, die du mit den Prüfungen hast, wann sie alle verlassen? Na gut, jetzt. Mal schauen. Ich glaube, drei Stunden vorhin. Excellent. Das muss man genug sein. Für was? Du bist nur eine Blut in einem Blut. Ein Blut, von dem du niemals emerge. Du hast dich selbst vergessen? Du bist derjenige, General. Was? Was? Beg mir die Macht des Valkyriei. Feiert von den diemsten morrigen Siem der eigenen Leben. Es ins Einschränkt, into Hell's own Inferno. Hey! Was machst du? Schrauben sie! A緩! Du monst! Lord Maximilian, farewell. All glory to you. The Valkyria. What the? The whole damn Citadel's up and erased. No way. Is this part of a Valkyria's power too? Last claimed all of Gallia's main army. So Varya, so this is the purpose of your life? Wilkin! Wilkin! Bad news. Calm yourself down, Hell. What's bigger news than what we just saw? I just got word from Randgreeze. An emergency dispatch. A massive unidentified weapon is barreling through Cloden on route to Randgreeze now. What? Are you serious? Chapter 16. The Maiden's Shield. The Maiden's Shield. The Maiden's Shield. The Maiden's Shield. Vielen Dank.